Musik Na ja Da liegen Granaten Ami ist voll wieder Na dann werde ich mir alles einsammeln Oh man 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 So wie komme ich denn jetzt da oben hin Da ist auch noch was Eine Tür kann ich da Aufbrechen Geht gar nicht Wahrscheinlich der falsche Winkel Deshalb Warum geht das denn nicht Ist ja eine stinknormale Tür Oder ist die auch Doch die ist Eisen Ist eine Eisentür ist das Oder Holz Eisen Ich weiß nicht Auf jeden Fall Mann Na gut Dann werde ich mal Ja da oben komme ich nicht hin Da ganz oben komme ich wahrscheinlich auch noch nicht hin Äh ich gehe mal hier weiter So hier erstmal das Dokument Feldbericht der Expedition Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen Wir vermuten dass die Amerikaner hier sind und versuchen unsere Operation zu sabotieren Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs Er bitte schnellstmögliche Verstärkung Okay Ein paar Schiffbrüchige hier So Ja hier sind's Lauter Zeugs hier Wo muss ich denn jetzt lang Jetzt mal nachladen Moment Auch nicht gar nicht Was du hast mich gesehen Was ist mit denen los alter So ein Moment ich mach jetzt mal was Hingefallen Aua 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 Okay bei zwei Personen sollte ich das lieber lassen Aua 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 Shies hoffentlich kommt hier keiner von hinten ich hab's gerade noch gesagt das gibt's doch gar nicht okay ich bin ja ein bisschen laut geworden aber alter so von wo kam der jetzt alter das gibt's ja nicht kann ja nicht sein von wo kam der zählt noch eine tür irgendwie dir wahrscheinlich alter was soll das denn ich hab das nämlich gerade gesagt weil ich irgendwie so schritte gehört habe deshalb sagte ich halt hoffentlich kommt keiner von hinten ja super die harte zur so jetzt aber was das sind jetzt nur drei gewesen oder vier dahinten war das nicht mehr okay das war's dann anscheinend mann 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 jetzt guck ich mal jetzt hab ich nicht so aus war nur diesmal noch zu sowas ist ja richtig schön immer wenn die welche von hinten kommen obwohl es eigentlich gar keine wege gibt von wo die halt kommen das ist immer richtig schön irgendwas offen oder so nö da ist da ist das natürlich okay ähm ja da ist mir grad mal tombraider wieder mal abgeschmiert schöne scheiße ja zum glück ist die aufnahmedatei nicht beschädigt deshalb kann ich auch gleich von hier aus weitermachen mann mann das ist ätzend mit diesen abstürzen immer ich versteh das nicht ist jetzt zwar das nicht so häufig bis jetzt nur zweimal passiert aber es reicht schon aus dass es nervig sein kann ja gut ähm ich war jetzt dabei einen weg zurück zu finden also weg zu finden von wo der her kam also da hinten ist eine tür hier von da könnte der wahrscheinlich kommen sein kann ich denn irgendwie rein so genau von da komme ich denn da irgendwo hin irgendwie komme ich da hoch ich glaube nicht da ist eine stange aber die kann ich irgendwie nicht erreichen oder ne geht nur von da aus na okay dann werde ich jetzt mal da unten die pflanze einsammeln die hatte ich nämlich vorhin noch gesehen also irgendwo hier unten da ist eine pflanze genau so dann gehe ich jetzt mal weiter hoffentlich ohne abstürze und ich muss schon wieder die kristin einsammeln ich hab die ja schon ein paar mal eingesammelt hä wie oft kann ich die die einsammeln ach muss ich auch wieder machen ach so ach ich dachte das ist jetzt na okay dann halt nochmal den ganzen scheiß soo jetzt wissen wir es passiert hier jetzt wissen wir es passiert hier okay okay hui ist es jetzt nochmal gut gegangen naja machen wir es jetzt nochmal hier schnell einsammeln und dann weiter scheiß abstürze hier richtig ätzend okay okay oh jetzt sind es sogar 5 gewesen siehste vorhin waren es nur 4 hm was ist da los wer siehst in deckung ein eindringlenk da drüben siehst du jetzt heilig starke ok drücke vor wo kommen die denn wieder her wo au die war doch jetzt ich dachte das ist zu das die war der den die ho der 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 die der der Aua! 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 Au! Nein! Oh! Falsche Richtung, Lever! Verbrenne! Ja! Mensch am Spieß! Hammer eklig! Wer war auch mal? Na, na, nee, 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 lieber nicht! Ach, da oben! Alter! Wunder mich! Wo ist denn der? Ja! Lebt der immer noch? Ich geh mal bis jetzt! Ja! Alter, der macht mich fertig! Loll! Loll! Und ein Schuss! Ha! Ach! Okay, Musik hört jetzt langsam auf, oder? Weil man weiß ja, wenn die Musik aufhört, dann weiß man, dass keine Feinde mehr da sind! Ist ja immer so! Meistens denke ich mal so! Keine Ahnung! So, da hab ich's gleich wieder eingehört! So! Kann man damit was machen? Nö! Was ist das denn? Achso, da ist ein Typ, der da liegt! So, den da unten würde ich mir jetzt gerne einsammeln, aber... Mach, mach ich! Ist egal, ich muss jetzt jetzt zwei Minuten zurücklaufen, aber... Die Punkte, die brauchen wir! Und die Munition übrigens auch! So, wir haben jetzt alles voll, ja! Mal nachladen! Und dann geht's auch weiter! So! So! Ist hier irgendwas noch? Nö! Hie! Sack und! Uwala! So, jetzt da hoch! Oh oh! Und der Fallne! Autsch! Aua! Okay. War ne Falle, die nicht so effektiv war von denen. Naja. Okay. Viele Küste in Bergungsgut. Juhu! Bamm. So, was ist denn jetzt hier drin, ne? Achso, hier ist... Das ist okay. Da drüben noch irgendwas? Da ist ne Tür, die kann ich aufmachen. Aber da müsste ich jetzt wieder runter. Will ich das? Will ich jetzt wieder runter? Okay, der ist mir hier außen rum wieder. Hm? Was soll ich denn jetzt hier drauf? Ah! Alter, krass! Das Lichteffekt von der Fackel ist ein bisschen falsch, glaube ich mal. Das ist ein Fehler. Auf jeden Fall. Ähm... Ob das jetzt ein Bug ist oder so, ob das so gewollt ist, keine Ahnung. Alex! In was für einen Mist bist du denn da wieder reingeraten? Nein! Ja, ganz ehrlich. Alex... Alex war der, äh... Typ, der die Kamera hält. Der mit... Der mit der Brille und so. Der junge Mann. Junge. Alt. Und das hier können wir benutzen, ja. Ja, und Alex ist wahrscheinlich auf dem Schiff. Sie sucht da halt auch irgendwas. Ich weiß immer noch nicht, was wir holen müssen. Werden wir noch erfahren. Auf jeden Fall. Gehe ich jetzt erstmal hier drüben hin. Der darf so eine Flabber. Und HIP hier auch, ja. Und... Die Kiste hier. Na, los, komm! Noch irgendwas? Geocass, ja. Geocass... Dschüssig.